Beim Garmin 4Runner 910 XT lässt sich ein Kalorienalarm einstellen, der uns dann immer informiert, wenn wir eine bestimmte Kalorienanzahl beim Laufen, Fahrradfahren oder was auch immer dann verbrannt haben. Das geht relativ einfach. Wir gehen einfach über Mode bis in das Menü, wählen hier Training aus, drücken Enter, sind dann hier schon auf Laufalarme, einfach wieder Enter drücken und können dann über die File-Tasten hier unten zum Kalorienalarm. Hier drücken wir wieder Enter und wählen aus, dass wir den Kalorienalarm aktivieren wollen. Einfach hier Enter drücken, ein-auswählen und dann sehen wir auch schon Alarm bei 100 Kalorien. Wenn wir jetzt hier runtergehen mit der File-Taste, können wir hier über Enter den Wert entsprechend anpassen, drücken Enter und über Mode gehen wir wieder zurück. Wenn wir jetzt unser Programm starten, dann wird uns der Garmin halt immer daran erinnern, dass wir jetzt zum Beispiel dann 100 Kalorien gerade verbrannt haben.